So, wen hätten wir als nächstes hier? Hier. Wir haben, glaube ich, schon vorher gesagt, aber wir haben noch einen breiten Weg. Wir haben noch genug Zeit, dass alle dran kommen. Gute. Ich bin Patrick Bosse und ich bin vom Berliner Gürtel-Motags-Demo. Und ich bin auch Leiharbeiter und das heißt, ich kriege eigentlich zu wenig Geld und muss dann auch vom Arbeitsamt Bettel gehen. Und dann werde ich Sikarin vom Arbeitsamt, muss alle sechs Monate dahin, und der sagt, ich soll mir eine Arbeit suchen, von der ich leben kann. Und deswegen bin ich auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Weil erst mal lebe ich Menschen und wirklich, weil ich ja jedes Euro umdrehen muss, denke ich mal. Und vor allem werde ich noch schikaniert, obwohl ich arbeite. Und wenn ich nicht mehr arbeite, dann werde ich richtig schikaniert. Und deswegen bin ich für das bedingungslose Grundeinkommen, und ich kann auch hier, wer arbeiten will, noch zusätzlich was verdienen. Und die, die eben nicht rollen oder so, die werden auch nicht mehr schikaniert. Und deswegen kämpfen wir auf dem Berliner Bündnis-Motags-Demo seit fast zehn Jahren am Wölz-Senderplatz für eine menschenwürdige Gesellschaft. Und wir machen am 19. Oktober eine bundesweite Demonstration für bessere Löhne gegen Hartz IV und so weiter. Und es gibt auch Leute bei uns, die sind für das Grundeinkommen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber vielleicht, wir haben da auch ein hoffendes Mikrofon, da kann jeder drei Minuten reden, auf antifaschistischer Grundlage. Und vielleicht geht der eine oder andere da hin und überlegt sich, was er da sagen wird. Gut, danke. Danke für dein Statement.